Und Leute, Trimax hier. Wir spielen weiter ARK. Wir haben heute folgendes vor. Wir wollen den größten Flugdiener, einen Quetzal, heißt der so? Den wollen wir uns heute zähmen. Da kann man eine Plattform auf dem Rücken bauen, also man kann eine Base... ...quasi bei dem auf dem Rücken bauen. Ich bin hier irgendwie ein Lockes... Rück die E-Taste. Rück die E-Taste. Halt die Schnauze, ich bin in meinem Intro und brauch keine Tipps. Okay, äh... Hallo, hörst du mich? Weil mich hörte ich, ja. Okay. Hallo? Ja, ich hör dich, was willst du? Jetzt hörst du mich nicht mehr doppelt, chill ich. Komm mal her jetzt, sofort. Ich krieg mir mal richtige Rüstung wieder an. Nein, nimm jetzt erst mal das hier und das hier. Nein. Schau mal, nimm mal beides. Ich will keine Armbus, ich will eine Flinte. Das geht nicht, du brauchst, also wir wollen erst mal ausprobieren. Schieß mal, schieß mal den Agent Havis an. Anschießen? Mit dem, also mit dem... Keine Munition, keine Munition. Ich hab dir doch Grapplinghooks aufgegeben. Guck in dein Inventar und zieh die Haken drauf. Ah, ich verstehe. Ja, und jetzt schieß mal an. Grapplinghooks ausrüsten. Alright. Genau. Gut. Mach mal. Die Fuß? Egal. Ich schieß ihn zwischen die Beine. Okay. Uh. So, und jetzt müsstest du auch, also ich glaube, wenn du jetzt eine andere Waffe rausholst, deine Flinte zum Beispiel, müsstest du einfach schießen können. Und? Mir wurde meine Flinte entwendet. Okay. Und so fliegen wir jetzt neben den Quetzal her und du knallst ihn die ganze Zeit ab. Okay? Boom. Let's go. So macht man das? So, weiß ich nicht. Ich hab mir das Video nicht angeschaut, aber so würde ich das einfach machen. Okay. Mach mal Linksklick. Ah, guck mal. Ah, Linksklick ist ranziehen, Rechtsklick ist Leine lassen. Absolut. Natürlich. Guck, dann haben wir das jetzt schonmal geklärt. Und mit X, äh, mit X entkoppelst du dich. Hahaha. Alright. Das wird nice. Aber flieg mich nicht zu tief. Wie? Flieg dich nicht zu tief. X entkoppeln. Okay. Das hat jetzt einen Schuss gekostet. Alright. Okay. Das wird gleich ein kompliziertes Unterfangen. Ich vertraue dir, dass du das hinkriegst. Oh, ich hab keine Ahnung, ob das funktioniert. Also. Ich hab weder das Video noch gesehen, noch hab ich das jemals gemacht. Ähm. Aber wir betäuben ihn und dann füttern wir ihn. Das ist ganz, also, was soll passieren? Ja, easy. Ähm, Sebo, hast du Ferncluster bei? Äh, sicher. Ich bin da top ausgestattet. Keinst du dich da? Klar. Das wird funktionieren. Bin ich ein bisschen weiter abgeseilt hier und dann hat man bessere Sicht? Oh, das ist super richtig. Finde ich geil, dass wir bei Nacht losfliegen, muss ich sagen. Ja, ich auch. Den sieht man nämlich dann perfekt. Und bei Nebel auch. Hey, ja, ja. Super geil, dass wir nicht einfach am Tag losgegangen sind, weil du ein Pronto töten musstest mit deiner Flinte. Das hat sich echt gelohnt, Max. Das ist falsch. Wir haben keine Fallschirme. Ich glaub, Sebo hat welche. Du hast ein Pronto getötet. Oh, da unten ist ein Alpha. Da unten ist ein Alpha-Raptor. Ja, das ist ja... Wunderschön. Bringt der so viel... Bringt der so viel... Bringt der so viel... Bringt der viel Leben? Äh, viel XP, wenn man die tötet? Ne, ne? Ja, doch. Eigentlich schon. Ja, ein bisschen. Lass ihn töten kurz. Das ist der erste Aim-Training. Weil man flappt hier die ganze Zeit so. Wir müssen... Wir brauchen ewig für den Quetzter halt. Ich glaub, du unterschätzt das. Okay. Let's go. Max versprochen. Oh, rechts ist ein Text, Stilgo. Was? Treffer. Wo, da ist ein Tech-Raptor? Oh! Digga! Headshot! Let's go! Headshot. So. So, genau. Jetzt fahren wir einfach... G-Times Base ist übel schwach. Wieso haben die so eine schwache Base gebaut? Das ist halt eine PvE Base und keine PvP Base. Und da muss man so eine schlechte Base bauen, PvP oder was? PvE, ja. Es ist Nacht auf einmal. Oh, ätzend. Wir schaffen das. Wenn wir das geschafft haben, sind wir die Heftigsten auf dem Server. Das haben die anderen nicht. Da haben wir die Lufthoheit auf diesem Server. So, jetzt gleich kommt der Spot, wo ich immer eingesehen hab bis jetzt. Okay. Ah, okay. Was ist denn auch wieder so ein Tapp hier? Ich hab einen! Yes! Come on, da oben! Lol, da oben! Richtige Munitionstyp rausholen? Nein, das ist ein Tappi, Yara. Echt jetzt? Ja, das ist ein Tappi. Oh nein. Hab ich jetzt umsonst geschrieben? Das ist umsonst Tappi. Oh Gott, Alter. Umsonst... Oh nein, ich bin schon gehypt, ey. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott, tut mir so leid. Ich wollte euch nicht hypen, ey. Ich hab gedacht, du hast sein. Guck mal, wie er abstürzt, Alter. Ich hasse ihn. Lass doch noch weiter auf seine Leiche schießen. So ein Loser. Wie hoch? Ja, der war wie hoch. Ja, der war wie hoch. Wie fällt denn der runter? What? Hä? Aber hat das jetzt gut funktioniert? Du bist noch nicht so lange am Fliegen, Ysevo. Und hast sofort einen Fettseil gefunden. Ja, aber ich hab wenigstens die Leute hier einmal kurz gehypt, ne? Ja, das war richtig. Du hast uns richtig enttäuscht. So, jetzt sind wir weit oben. Jetzt könnten wir den nicht übersuchen. Hier ist blöd. Hier ist... Zu hoch. Hier ist zu hoch. Ich hoffe, Romata, du suchst auch. Weil ich hab irgendwie das Gefühl, du suchst die ganze Zeit nur welche Tinos, die du töten kannst. Mit deiner Flinte. Was? Da unten? Guck mal, bitte. Wo denn? Ich seh ihn nicht. Das ist ein Tapijara. Das ist ein Tapijara. Das ist ein Tapijara. Die ähneln sich krass, ne? Ich sag ja nur. Ich weiß auch nicht, was das ist. Das sind die gleichen. Der eine hat einen riesigen Kamm auf dem Kopf und der andere nicht. Ja, weiß ich doch nicht. Der Faktor hat mich voll irritiert und unsicher gemacht. Ich hab Toren unter uns. Mehrere? Mehrere? Sag dann nochmal. Mehrere? Danke. Ich versuche jetzt hier zu landen. Okay, versuch das mal. Easy. Sind wir hier wirklich sicher? Ja, hier kommt nichts hoch. Und jetzt kommen sie. Da kommen sie. Scheiße. Ja, weil Max sie gerade angeschossen hat. Der hat ja Munition gemacht. Ja, ja. Der hat alles weggecraftet, was wir haben. Nein. Wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen, jeder von uns geht jeden Tag drei Stunden farmen, nur damit Max es wegcraften kann und Leute abknallen kann mit der Flinte. Bisschen schlimm. Das ist, finde ich, krass hier drin. Hier habe ich immer Metall gefarmt. Hm. Oh, Max hat gerade richtig Fall-Damage kassiert. Zieh dich mal näher ran. Zieh dich mal näher ran. Du bist viel zu weit unten. Klar kickst du die ganze Zeit Fall-Damage. Ich bin fast tot, wenn ich noch einmal berühre, war es das. Ich habe kein Essen mehr. Ja, das ist scheiße. Warum salzt du dich auch so krass ab? Also ich glaube, ehrlich, jetzt ohne Scheiße, das meine ich aber auch so, wenn wir alle jetzt einen Vogel nehmen und einmal selber gucken. Okay, bring uns in die Base, bring uns in die Base, der, der den Fetts als erstes finden kriegt, vom Subs und den anderen. Okay. Wow. Ich möchte aber den schnellsten Dino mit der meisten Ausdauer. Nein. Okay. Hä, wieso nicht? Du kriegst den langsamsten Dino mit der wenigsten Ausdauer, dass du immer landen musst. Niemals landen, niemals landen, egal was passiert. So, jetzt müssen wir Ausdauer leeren. Nein, nein, nein. Jetzt nicht. Wir landen dann so. Geh in den Gleitflug, geh in den Gleitflug. Also wenn wir jetzt landen, sind wir wirklich alle drei tot. Also ich nicht, weil ich habe eine geile Rüstung, aber Max ist ganz sicher tot. Boah, der hängt aber wirklich schon ganz unten fast. Jetzt kannst du landen. Nee, jetzt hat er ihn wieder angeschossen, jetzt greift er ihn wieder an. Wow. Niemals landen, niemals landen, das ist sehr wichtig. Ja okay, jetzt ist aber leer, jetzt muss ich runter. Okay, dann mach. Wow. Ja, die kommen sehr schnell. Nee. Nee. Also ich würde nur ganz kurz glaube ich nur runter. Nee, ich würde hier doch nicht landen. Ich will hoch, ich will hoch. Ich will nicht da ran, ich will nicht da ran, ich bin nicht so weit unten schön. Du fliegst schön hoch, ja? Wie weit kann man sich denn hier abseilen? Ja. Du ziehst mich nicht gleich über den Stein. Mehr geht nicht, ne? Romata, komm mal zu mir, das macht Spaß. Welche Taste ist das? Rechtsklick. Und dann Rechtsklick X. Und wie ziehe ich mich wieder ran? X. Nein, mit X lass ich los. Ah, mit Linkermasterster. Okay. Wie weit kann man sich denn abseilen? What the fuck? Romata klatscht gleich so auf die Steine. Guck mal, ich hab was, ich hab was. Ich kann Wind gleiten, ich kann Segel surfen. Guck mal, ich bin, ich häng nicht unter dem Vogel, ich häng nicht hinter dem Vogel. Seht ihr das? Ja. Weißt du wie ich das mache? Nein. Links und rechts gleichzeitig drücken, oder? Ja, richtig. Und X. Wie heißt das, Waterboarding oder so? Wie heißt das hier? Gönnt ihr jetzt. Ich? Das ist gefährlich. Du bist ja eh fast tot. True. Gönn dir den Spaß, jetzt. Alpha Raptor. Yeah, sexy. Hu 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 hu. Ja, ich flieg schon, ich flieg schon. Das war cool. Ja, fahr doch mal nen Ausflug, wa? Ja. Hat er euch gefallen? Das macht immer wieder Spaß mit euch keine Quetzalz zu finden. So, jeder von uns nimmt sich jetzt. Das ist übrigens meiner, der Fluggener, den wir gerade benutzen. Das ist Kaleb Nummer 2. Nein, das ist Kaleb Nummer 2. Kaleb Nummer 2 gehört mir. Wir stürzen gerade ab. Ich spiel Kaleb. Ich spiel Kaleb. Nein. Kaleb ist meiner. Hä, du hast doch Watz. Du hast doch den Watz gemacht. Ja, du hast dir Watz geholt. Der ist doch bestimmt voll schlecht. Nein. Ey. Hör doch auf zu lachen, Jasis. Die Agriventoren sind alle gleich schnell. Wir sind alle gleich. Der von euch beiden schuldet mir eigentlich noch nen Raptor. Echt nicht. Ey, Entschuldigung. Ihr wollt mich jetzt gerade hier manipulieren? Wo ist mein Vogel? Ich hab Kaleb, oder? Ich hab Kaleb Nummer 2. Ich hab Kaleb Nummer 2. Ne, ich hab Kaleb Nummer 2. Ich hab Kaleb Nummer 3. Oh, Digga, wenn man keine Ausdauer mehr hat, ist ja richtig scheiße. Ja, macht gar keinen Spaß. Er landet ja dann gar nicht mehr. Hey, was hat der? Ist ja eine Ausdauer mehr, deswegen landet der. Ja, er kann nicht landen, hier sind Bäume. Oh. Dann musst du absteigen und ihn hinterher pfeifen. Den Fallschaden überlebe ich nicht. Dann hast du nen Fallschirm noch dabei? Ich bin zu tief, ich bin nicht hoch genug. Also gegen Max verlieren wir auf gar keinen Fall. Das ist die Frage auf... Rausspringen und Fallschirm. Fallschirm ist 7. E7. Okay, Instant E7. E7. Ich hab's geschafft. Wo ist mein Vogel? Es gibt einfach keinen Quetzal. Hey, ich kann meinen Fallschirm gar nicht lenken. Ich hab meinen Vogel verloren. Oh. Ist die Fetzer da? Moment. Oh, easy win. Nein! Mein Vogel wird von Rapturen... Mann ey. Ich setz mich jetzt einfach auf den Berg und hoffe, dass einer vorbeigeflogen kommt. Was? Für einen Fintner krieg ich einfach... 50 Euro, ja. 50 Euro. Es geht mir nicht um die 50 Euro. Es geht mir darum, dass ihr mir die geben müsst. Das ärgert euch. Das ist das Geile. Ja. Ich hab einen! Fuck ja! Echt? Ja! Warte, ich nehm dann eben einen. Dann könnt ihr sehen. Ey, ey! Wo ist der? Jetzt... Ey! Ne, komm! Jetzt ist wieder von neu. Oh, ich hab einen! Ne, da! Ne, das ist mein... Ah! Schön! Sag mal Koordinaten. Den findet ihr bei 60, also Lon 60 und 70. Unten der Streifen, den seht ihr. Sebo hat ihn. Ja? Ja, Sebo, GG. Ja, danke. You did it. 65, unten der Streifen. 65, ja. Warte mal, der hat doch viel zu kleine Flügel für den Körper. Ich bin jetzt bei unten 65 und links 70. Da bist du, da bist du. Ja, ja, oh, hallo. Okay, ich bin unter euch. Ich bin direkt unter euch. Ich chill hier. Ja. Wie machen wir das jetzt? Jetzt... Ihr habt ja alles dabei eigentlich, ne? Ja. Ja. Let's go. Komm runter. Wir landen hier. Wir landen hier. Und ich baller mich jetzt auf die Hübsche rauf, ja? Ja, hab ich auch. Mit dem Haken. Zack. Ich bin drin. Ja, eigentlich... Let's go. Mach folgen, mach folgen. Ja. Wollt ihr das jetzt eben machen? Ja, ja. Mach doch. Jetzt fliegt los. Los, los, los. Ja, ja, ne? Hab nachgeladen. Betäubungsfeile. Wo ist er? 10... Auch wenn ihr die jetzt umbringt, ne? Die 10 sind ja sicher jetzt, ne? Ja, es ging doch um wer ihn findet. Los geht's mit dem Schießen? Ja. Warte, ich halt, ich halt ein bisschen über den an. Ich weiß nicht, wie schnell der ist, wenn er beschossen wird. Hä? Oh mein Gott, die Schüsse sind so langsam? Und immer ab und zu würde ich mal mit den, äh, Dings gucken. Nicht, dass der stirbt. Die Schüsse? Wie langsam sind die? Wir müssen näher ran, glaube ich. Sonst treffen wir nicht. Oder runter oder rüber. Wir müssen näher ran. Die Schüsse sind so lahm. Ja, und dass dies denkt wie... Fuck. Hä? Boah, der ist echt schnell. Oh. Max hat mich abgeschossen. Ich bin tot. Jetzt ähnlich? Ja. Lava, keine Scheiße. Max hat mich abgeschossen. Sind sie echt gestorben? Nein, ich lege jetzt bewusstlos im Sumpf und bin wahrscheinlich gleich tot. Das glaube ich dir nicht. Doch, du hast mich abgeschossen. So lost kannst du nicht sein. Max, du hast mich abgeschossen. Ich will den Clip sehen. Ich will den Clip sehen. Ich glaube dir nicht. Ich glaube dir kein Wort. Und jetzt bin ich tot. Und der Agentar ist auch tot. Weil der auf mich folgend eingestellt ist. Und auf passiv ist er auch. Ich kann es dir nicht glauben. Hä? Ich treff die ganze Zeit. Man sieht das Blutsprit so. Ich kriege Hitmark aber keine Schadensanzeige. Jetzt. Oh, die perfekte Position. Landet der echt? Ne. Aber wir. Warum? Ausdauer. Der Base auf euch. Ich fasse es nicht, wie du spielst. Du brauchst doch die Leiche. Ich fasse es nicht. Wie du so doof sein konntest. Ich habe den Fehler gemacht. Was war mein Fehler hier? Dass du sagst dann auf der gleichen Höhe fliegen. Was? Oh, hab ihn. Hast du meinen Fehler hier? Und Klatsch. Da ist eine Schlange. Du musst jetzt kämpfen. Ich habe nichts dabei. Ja. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich muss jetzt mein ganzes Zeug wieder zurück farmen. Ich habe mich alles verloren, was ich hatte. Und keiner von euch ist mir helfen gekommen. Sind die friedlich? Die dicken Riesenviecher hier? Ja, ja. Safe? Ja, dann pack mal Fleisch rein oder so. Ich weiß jetzt gar nicht, was man jetzt macht. Ich weiß gar nicht, wie man jetzt weiterspielt. Was? Du musst da Fleisch reinbarten. Hast du Fleisch? Jetzt hast du kein Fleisch dabei. Also normales Fleisch, ne? Ja, umgebratenes halt. Oder Prime Meat halt. Das Prime Meat ist schon verdorben. Normales Fleisch. 74 habe ich. Kolschst du dich gerade ein? Was war denn? Matra, Alter. What the fuck? Was ist los? Ich bin auch stuck. Was geht bei dir? Bist du echt stuck? Kannst du nicht aus deinem Aquentaris aufsteigen? Ne, kann ich nie. Warte, der fliegt jetzt mit dir los. Ja, das ist gut. Flieg, pfeif ihn weg. Jetzt. Nein, warte. Ich war fast. Der ist zu groß. Deswegen, jeder der sich in den Nerden kann sich nicht bewegen. Oh, 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 oh. Let's go. Flieg dir mal weg. Jetzt x. Jetzt flieg ich dir mal weg. Ja, jetzt bin ich auch frei. Ich habe es geklärt. Ähm, na. Ja, scheiße. Alle fragen, warum kommt Romatra nicht und hilft uns? Ich weiß es nicht. Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Wie, woran könnte es liegen, Sebo? Woran könnte es liegen? Weil du die 5 noch nicht gegeben hast. Ah, stimmt. Ja, warte. Ich flieg grad zurück in die Vase und dann... Ah, Schlangenangriff! Ne. Sebo, Hilfe! Ne, ne, ne. Ich bin ohnmächtig. Ich bin ohnmächtig. Ich lieg hier direkt. Ja, ja, warte. Du bist bei mir vorbeigeflogen. Die Schlange kommt. Die Schlange kommt. Jetzt will sie mich fressen. Ich kann mich nicht bewegen. Ah, ich bin... Ich rette. Welche Taste muss ich drücken? Gar nichts. Bleib liegen. Okay. Die kam aus dem Nichts und hat mich einfach gebissen. Jetzt musst du... Du hast da Sterne rechts am Rand. Die sind gleich weg irgendwann. Oh, das dauert aber noch. Kannst du mir jetzt Stimmbären reindrücken? Forcefeed ihn mir die Stimmbären. Davon kriegst du zwar Durchfall, aber da wird alles rausgespült. Das sind Stimmbären. Stimmbären. Oh, baller mir die voll rein, Alter. Forcefeed in mich. Das klappt? Ja, natürlich klappt das. Holy shit. Das sind die besten Bären. Sauber, danke. Jetzt muss ich nur kotzen und ab Durchfall, aber dafür bin ich nicht mehr vergiftet. Alter, du hast mich übel gerettet. Voll das geile Abenteuer. Weil seitdem Romatra weg ist, passieren nur coole, spannende Sachen. Verstehst du's, Nebo? Romatra, danke schön, danke. Sebo. Moin kann ich mir davon ein Foto machen, bitte? Das ist für die Ewigkeit. Dann halten wir fest. Dann rahmen wir uns ein. Sebo, du musst dir ganz schnell noch mal helfen kommen, bitte. Ganz schnell. Letzte Sache. Wo bist du denn jetzt? Oh, Sebo, Sebo. Wo bist du? Ich bin hier unten. Ich bin hier unten quasi da, wo ich gestorben bin. Oh, hier ist so ein Terrorbird. Hier ist ein richtig dicker. Ich lauf hier im Kreis. Ich kite den. Ja, ich seh dich halt nicht. Das ist ja Problem. Oh, das sind zwei. Schnell, 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 schnell. Bist du weiter? Ich bin hier unter der Kante. Du musst mich hier rausholen. Hilfe. Hilf mir. Hilf mir. Grab mich, grab mich, grab mich. Oh, grab mich, man. Ich hab nur noch Hilfe, ihr Leben. Nicht im Kreis rennen. Grab mich. Ja, geht doch. Ich bin nur im Kreis rennen. Oh, mein Lederhelm ist kaputt. Renn weiter, renn weiter. Ich grab dich jetzt. Bleib stehen. Grab mich, grab mich, grab mich, grab mich. Schnell, schnell, schnell. Jetzt, jetzt, jetzt. Wie geil war das denn, Silbo, ey, du hast mich jetzt schon viermal gerettet. In 90 Sekunden. Heftig. Sauber. Soll keiner auch sauer werden müssen. Alter, der war schon vor mir mit seinem Schnabel. Der hat mich in letzter Sekunde gegrappt und ich bin hochgerissen worden. Übel geil. Dann haben wir uns aber auch ganz schön gerockt, muss ich sagen, wir zwei, ne? Ja, war sowas von. Das ist unser erstes gelungenes Duo-Abenteuer. Krass. Habt ihr ihn schon gezämmt? Ja. So. Nice. Let's go. So, Name. Oh, ist der Großer, kann unter ihn durchgehen. Oh, der ist nice. Name? Ja, hab ich jetzt schon. Ja, warst du zu langsam. Hab ich jetzt Bongolongo genannt. Okay, sehr gut. Umatra hätte halt in der Zeit für Quetzalsattel leveln können. Das macht der nicht. Der ist jetzt eingeschnappt. Ich hab tatsächlich eine andere super wichtige Aufgabe. Er hat sich mitten im Fight gegen den Quetzal gedacht, oh, vielleicht kämpfe ich doch für die falsche Seite und hat sich in meinen Schuss geschmissen, um ihn vor der Betäubung zu retten. Er ist dafür selber gestorben. Der sieht irgendwie unbeholfen aus beim Fliegen. Also wenn ich ein, wenn ich ein Flugdinosaurier wäre, wäre ich auch ein Quetzal. Der ist richtig, der ist richtig, weiß ich nicht. Wieso kann der überhaupt fliegen? Die Flügel sind so kurz im Vergleich zu seinem riesigen, massigen Körper. Man hat ja so lange Füße. Der hat längere Beine als Flügel. Stell dich mal unter ihn, dass man mal sehen kann, wie groß der ist. Guck mal, das ist, Sebo ist 1,90 groß. Oder 1,90, 2 Meter. Ja. Digga, das ist, du bist so ein Winzling neben dem. Holy shit, ist das ein Viech. Wahnsinn. Krass. Allein deine Frisur ist größer als du. Und wenn wir jetzt Level 96 sind, dann können wir da einen Sattel draufpacken, richtig? Dann haben wir da so eine Plattform drauf. Nice. Nice. Glückwunsch, Rumatra. Gut gespielt. Gut gemacht. Wir haben es geschafft. Darf ich das Ganze, darf ich den Clip nochmal aus deiner Perspektive sehen, bitte? Sagst du, der ist gut, Rumatra? Ich weiß es nicht, habe ihn nicht angeschaut. Okay, ich schaue mal ganz kurz. Oder muss Rumatra sehen? Ich ziehe mich mal hier rüber. Okay. Das Ganze jetzt nochmal aus Rumatra's Perspektive. Muss mehr ran, die Schüsse sind so lahm. Ja, und das D-Sync, die ist spark. Hä? Boah, der ist echt schnell. Max hat mich abgeschossen. Ich bin tot. Letztendlich? Ja. Digga, du bist einfach 30 Sekunden gefallen und wie guckst du denn? Wir haben es geschafft. Max hat mich abgeschossen. Wie du, es gibt so einen Spot, das ist der gefährlichste Spot im Summen und da bist du reingefallen. Ohnmächtig. Und du hast richtig harte Verwirrungen. Also du hättest da locker 10 Minuten gelegen. Ja, ja. Wie lange hat es gedauert, bis du angeknabbert wurdest? Ach so, das hat man nicht mehr gesehen. Weiß ich nicht, wurde instant angeknabbert. Ich bin da reingefallen und wurde angeknabbert. Du bist einfach ins gefährlichste Biom reingefallen. Völlig bewusstlos. Okay, gut, dann bin ich weg aus dem Discord schon mal, ne? Ja, okay. Alles klar. Tschö, tschö. Bis nächste Woche. Bis morgen Abend, Max. Tschüss. Tschö. Tschö. Tschö.